Kennen Sie das? Ihre Mitarbeiter sollen kurzfristig eine Kundenanfrage beantworten und wissen an einer Stelle in der Geschäftsanwendung nicht mehr weiter? Zum Beispiel beim Erstellen eines Terminauftrags im SAP-System. Mit dem Quick Access erhalten Ihre Mitarbeiter automatisch passgenaue Anleitungen zur Durchführung der Arbeitsaufgabe, ohne dass Sie selbst danach suchen müssen. Denn der Quick Access stellt benötigtes Wissen kontextsensitiv zur Verfügung. Zum Beispiel in Form von Feldhilfen oder Schritt-für-Schritt-Guides, die Ihre Mitarbeiter sicher durch sämtliche Geschäftsanwendungen führen. Durch die Positionierung der Guides direkt neben der Anwendung können die Schritt-für-Schritt-Guides on the job umgesetzt werden. Am Ende eines Guides ist die Aufgabe effizient erledigt. Sie arbeiten in einem dynamischen Unternehmen, das sich stets weiterentwickelt? Dabei müssen sich Ihre Mitarbeiter oftmals schnell in neue Arbeitsprozesse einarbeiten. Im Quick Access finden Sie mithilfe der Vorschlagsuche schnell die richtigen Treffer zum gesuchten Prozess. In diesem konkreten Fall möchten Ihre Mitarbeiter zum Beispiel verstehen, wie der Prozess der Auftragsbearbeitung bei einem Großauftrag abläuft und wer genau daran beteiligt ist. Zu den einzelnen Schritten im Geschäftsprozess können Sie rollenspezifische Arbeitshilfen bereitstellen. Das heißt, Ihre Mitarbeiter erhalten nur Zugriff auf die wirklich relevanten Informationen und können so Ihre Kompetenzen ausbauen. Mit dem TT-Guide unterstützen Sie also effizient die Einführung neuer Prozesse, indem Sie flüssige Abläufe schaffen und dadurch die Produktivität Ihres Unternehmens steigern. Ein Rollout einer Geschäftsanwendung steht an oder eine der täglichen Support-Anfragen will beantwortet werden? Wie können Ihre Key-User den Kollegen die gewünschten Informationen effizient bereitstellen? Mit dem Guide-Creator erstellen Ihre Key-User oder die Spezialisten im Helpdesk spontan leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle Geschäftsanwendungen, wie zum Beispiel SAP, Microsoft Office oder Salesforce. Dabei wird jeder Arbeitsschritt automatisch dokumentiert und kann bei Bedarf noch mit kurzen Erläuterungen von Ihren Fachexperten präzisiert werden. Nach dem Veröffentlichen steht der Guide sofort und für alle Mitarbeiter bereit. Mit dem TT-Guide gelingt es Ihren Fachexperten in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand, Informationen bereitzustellen, die unternehmensintern von allen angewendet werden können. Auf diese Weise schaffen Sie sichere Prozessabläufe in Ihrem Unternehmen. Der TT-Guide unterstützt Sie also schnell und effizient bei der Wissensvermittlung im Rahmen Ihrer Geschäftsprozesse und das kontextsensitiv bei all Ihren Geschäftsanwendungen. Mit Pierre Mit Haft MitI Mitunden